Diese Chor-Helder hat uns echt... Die ganze Tour macht uns echt platt. Wirklich, das ist unfassbar. Das hat ein Speck gekegelt. In 10 Minuten. In 10 Minuten. Das ist eine Stimmung, das ist echt unfassbar, wie geil das ist. Wirklich, das ist unfassbar. Wir sollten euch mal verholen und gehen. Danke, Leute. Danke. 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 Den Zettel wird noch ließen, doch nun steh ich alles gestrieben. Oh ja, ein paar, komm ich nicht voran. Ich such den Zettel wird noch ließen, ich hatte schon vergessen. Der Lippsgau ist so recht gut, fühlte zu, dass ich zur Lichterung komme. Und jetzt bist du hier und erwartest jetzt von mir, dass ich dich amüsier, denn du bist mein Publikum. Und jetzt bist du hier und ich habe nichts getan, was ich unterhalten kann. Ich hab den Zettel nicht gewonnen, ich such den Zettel mit Modizen, darauf steht alles geschrieben. Denn ohne diesen Fahrschein blieb ich in den Tag hinein. Ich such den Zettel mit Modizen, mit allen deinen Wünschen und das, was du am liebsten, ach wie war das gleich noch mal. Und jetzt bist du hier und erwartest jetzt von mir, dass ich dich amüsier, denn du bist mein Publikum. Und jetzt bist du hier und erwartest jetzt von mir, dass ich dich amüsier, denn du bist mein Publikum. Ich such den Zettel mit Modizen, darauf steht alles geschrieben. Denn das Chaos von mich vor, führt dazu, dass ich zur Lichterung komme. Denn das Chaos von uns spielt Möbel anbeten, dann weiß ich nicht wie ein Publikum. Das Chaos von uns име låi, denn du bist mein Publikum. Genere Musik! Genere Musik! Und jetzt bist du hier Oder warst du jetzt noch hier? Du bist nicht amüsiert Und du bist mein Publikum Und jetzt bist du hier Und ich habe dich getan Und jetzt bist du heute Morgen Und ich habe mich tragic versucht Und jetzt bist du hier Und jetzt bist du hier Ja, mein So Poisability Und ich bin ante激 speech Und ich habe dich beten Und ich bin an de Oh! Applaus